Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Folge Minecraft Adventure Map und wir haben einen Zuwachs gekriegt in der Map hier, Just Jump, sondern Alex macht mit. Hi. Und dann tp ich dich gerade mal her. Ja, das wäre gut, weil ich hier irgendwo bin und irgendwo. Okay, ich kann dich nicht tp'n. Dann muss er das leider nochmal machen. Nee, ich bin hierbei bestimmt in wem. Ah, ich habe einen falschen Befehl. Ich sehe euch da hinten, ich komme zu euch. Ich bin so schlecht, ernsthaft. Ich habe Slash Alexander 11198 eingegeben, ne? Ja, jetzt hast du dich selbst in mich verwandelt. So. Mann, ich wäre eh gerade hingekommen. Er saft ab. Gut, dann Stage 13 sind wir. Oh, ich sollte mir den Game-Mod wieder 2 machen. Dann leg mal direkt los, ne? Erstmal fett ab. Dann leg mal los. Regeln. Man darf einen schlagen, außer man hat die Challenge geschafft. Oh, das ist ja immer ein langer Sprung. Der ist echt brutal. Ja. Hast du ihn geschafft? Ja. Oh, fett. Du musst spät abspringen. Das habe ich diesmal wirklich zum ersten Mal, also, das heißt, habe ich schnell geschafft. So, ich weiß genau, was ihr braucht, damit ihr das schafft. Wir haben die Schilder gar nicht gelesen, also guck ich mal kurz nochmal. Sprungkraft, Sprungkraft braucht man. Das heißt, die Schilder gar nicht gelesen, aber es ist nicht so, dass die Schilder gar nicht gelesen ist. Ein Beispiel von diesem ist der 4-Block-Gap. Und, Hubi hat's geschafft. Geht's am Rekestart. So, Alex. Bei mir hat's geklingelt, ich müsste eigentlich nur kurz an die Haustür. Und dann machst du ganz schlecht, heißt vielleicht, ich muss kurz AFK-Gemick. Geht einfach weiter, ohne mich. Ja, kommst du da weiter her. Mit TP. Ja. Das war like a boss, würde ich sagen. Hubi, das war richtig, richtig hart. This is a relatively long stage, but no, no, you're too hard. Nico. Ja? Mach mal bitte ganz schnell den Checkpoint auf. Der ist doch zu. Hast du die zugemacht? Nein, ich schwör du, äh, wirklich. Warum anscheinend noch nicht? Okay, danke. Danke. Danke, hee. Und, ah, Summer Jams are none of our two hard. Wir stehen need to be careful. Okay. Wieder da. Wir müssen karevoll sein. Okay. Oh, Mucke, Mucke, Mucke. Haben wir gerade schon Mucke angemacht? Ja, ich habe neue reingemacht. Nein! Wow! Nein! Nein, witzig, rollen! Ich komme nach, irgendwann. Alter, wir können jetzt auf dich warten. Ja gut, dann warten wir auf dich. Scheiße! Wir warten auf dich. Ich bin einfach abgerutscht. Alex? Vom Ziel, sag ich mal. Moment, Moment, warte, warte. Bin da. Ey, ey. Lol. Ich habe nichts gesehen. Voll falsche Seite einfach rausgesprungen. Ja, so geht's, ne? So geht's auf jeden Fall, ey. Showbusiness hier. Läuft bei mir. Läuft bei dir hart. Ich sollte mehr shiften. Bin voll aus der Übung. Ja, du musst immer, wenn du auf den Block drauf gehst, würde ich sagen, shiften, bis du sicher draufstehst. Ja. Und du kannst mit, ähm, STLG kannst du ja rennen. Na, so, okay. Ich habe es mir umgelegt auf... P. 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 Ich kann mir das eigentlich auf die Maus legen oder so, das ist ja ganz praktisch. Geschafft. Auf die Maus? Ja. Razer Naga, Kollege. Das schaffst du. Ja, das mache ich jetzt echt mal, wenn mir das auf die Maus legen. Das lenkt wie noch was ab, hör auf, bitte. Achso, okay. Jetzt kannst du es ja fast nicht mehr verkacken. Wunderbar. Da, 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 da. Kubi? Warte noch auf dich. Kack nur, ey. Ja, ich habe mir jetzt sprinten mal auf die Maus gelegt. Mittlere Maustaste, oder warte? Nee, ich habe, also, mehrere Maustasten. Zwei. Naja, so eine Gamer Maus hat nun mal noch ein paar Tasten an der Seite. Meiner hat 17. Okay, das ist natürlich brutal. Du kannst die 17 mal Sprint auflegen, ne? Nö, 12 Nummern-Tasten. Hast du es geschafft? So. Nein! Nein, Kubi, geh nochmal zurück. Nein, geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Wie soll denn das gehen? Ja, geh zum Eingang da hinten. Nein! Da hat es richtig viel schön hingelegt. Ey, das darfst du nicht! Komm hoch. Was? Komm hoch, komm. Er steppt mich einfach runter. Warte. Hier, ich stehe auf Wichse. Ja, du darfst die nicht runterhauen, wenn du, ähm... Scheiße. Ähm, wenn du die Challenge schon geschafft hast und er nicht. Außer bei Challenge 100. Was? Gibt es so viele Challenge überhaupt? Ja, und die Challenge 100 willst du nicht machen. Die willst du auch nicht verkacken. Nee. Aber ich glaube, das wird oft genug passieren. Das ist mir am Anfang auch passiert. Das wird oft genug passieren, dass wir die verkacken werden. Oh ja, das wird richtig hessisch werden. Also, boah. Das ist das Geile. Nein! Ah, ich hasse diese... Ich hasse diese Wandsprünge, ey. Okay, das... Aber man sieht die nicht. Nörgel, 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 nörgel. Nörgel, nörgel, nörgel. Geschafft. Nein! Fuck it. Bei denen muss ich eigentlich nicht sprinten, bei denen die... Ich weiß noch Wichse von dir. Ich wüsste, ist voll geil. Ja, von mir. Doch, du musst sprinten, bei einigen. Also, bei der ganzen ersten Wand nicht. Nee, da nicht. Wobei, bei den ersten vielleicht... Stört dich das. Nee, den musst du ja gar nicht machen. Stört dich das? Ja! Vielleicht verstehe ich nicht, warum. Ich knall mir erstmal Kumi rechnen. Ich bin ja nicht für das Nivea zuständig, ey. Ey, was? Für was zuständig ist? Das Nivea. Keine Ahnung. Stimmt ein Knall. Okay, und wer ist für den Sivea Yu zuständig? Für das Nivea, meine Fresse, ey. Ach so. Oh mein Gott. Ah! Oh Gott! Also du schon mal nicht. Ja. Was ist es für, wenn ich mit solchen Schwachmaten zu tun habe, dass sie den einfachsten Witz nicht verstehen? Äh, Nivea? Hahaha, runtergefallen! Hahaha! Juhu! Haha! Oh, Kubi! Ja. Kannst du mitmachen? Nö, nö. Ich surfe im Internet. Ich schau gleich einfach schon Geeky no Kyochen weiter, ey. Welche Folge bist du? Äh, müsste ich nachgucken, weil ich glaub, sehr weit passt kurz vor Ende. Das ist ja noch ne leichte Challenge hier, da kommen wir dann noch, äh, richtig zum Kopf hin. Könntest du das Bild da einfach damit auffüllen, weil jetzt seh ich nix mehr. Ich suche gerade nen Live-Tran. Ich seh nix! Was? Ich geb dir Regeneration. Ich will lieber nen Jump-Boost. Gib dir Stärke. Yes! Ich hab den Schwung geschafft. Yes, bin Boss. Wo jetzt hin? Da unten. Ah, da. Und jetzt noch den da. Oh, jetzt! Komm doch, ich darf nicht nix klagen. Darf sie nicht hauen. Achso. Ich hätte dacht, er haut mich jetzt. Ne, wenn man die Quests, wenn man die Ding schafft, dann muss man davon, ich da lalalalum. Genau. Also darf ich jetzt also so machen? Ja, das darfst du, na klar. Achso, ok. Aber wenn du, wenn du die geschafft hast, dann, äh, nicht mehr. Was da langweilig ist. So ein Mann gewaßen, haut mich da rein und dann, oh er ist auf die Challenge gekommen wegen mir. Blöd! Du musst dich noch mal eine nachsetzen. Ja auf jeden Fall. Nein 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 nein! Scheiße, kriegt was nicht geschissen. Alter, richtig weggeboxt. Alter I. Also ich frag mich warum ihr so lange braucht aber. Ja frag ich mich auch gerade. I got the shit Das ist ein Scherz Oh man Voller zersprung Nein Oh shit lol Oh shit lol Lol das ist ein Troffel Kubi, weißt du was du bist? Ey Ein Sackgesicht Oh geil Weißt du warum? Weil ich einen Sack im Gesicht hab Hebel ich sage Das gibt auch einen anderen Grund wieso du ein Sackgesicht bist Hehehehe Hehehehe Ja Geht doch Alex? Ja was? Ah du bist da Ok gut Hehehehe Ey da hat man so richtig Panik wenn man als erster los springt Weißt du was Fieses? Ich hab im Gegensatz zu euch keine Rüstung aber Egal ne? Oh die kann ich dir geben wenn du willst oder die liegt irgendwo Ich weiß nur nicht mehr wo Ich weiß nur nicht mehr wo Cool Anfangs... Anfangsteil oder? Irgendwo da am Anfang war die Rüstung Ja Sag mal den von meinem Papa der hat grad die Tür zugemacht weil ich zu laut bin Hehehehe Wo? Jump to the redstone torch Oh so nice view Ja das kommt alles noch auf uns zu Da drüben ein Penis oder na was sieht das bitte aus? Ja Kalle und ähm Jeremy war langweilig also haben sie ihren Penis hinglandschaft geklebt Ne nö Meine Flassi Kobi wo bist denn du? Na hier Hä? Ich komm noch nach Ja ich seh dich nicht Aaaaaaah What? Alter Kobi wo hast du dich hin? Hä? Hehehehe Ich hör auf jeden Fall auf Alex Du hast unsichtbarkeitstrank genommen Nein Ich seh dich echt nicht Ja hast du Ja komm ich hab's gesehen Da bist du Hehehe Bist auch so'n Fieser Aber du kriegst den Pharo Okay die brauch ich Aber ihr musst da aufpassen wenn ihr von den Teilen Äh also wenn ihr von den Wenn der von den Äh Von solche zu solche springt Hehehehe Hehehe 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 So setz mich mal näher an Ich seh dann Bis dahin Kann sein dass Alex den Sprung nicht überlebt Was? Und? Dann port ich dich aber her Ne warte komm das machen wir anders Ähm Na Schuhe Federfall Da Federfall Ambrus Nein Nein Trazen Ich versuche zu glitschen Zieht nicht Fuck Alex Was? Hinter dir Aufm Boden Ich hab Schuhe Schuhe Meine neue Slippers Oh Kubi macht Spaß Was'n? Die Eier zu hobeln Ja klar Warum sieht ihr mich grade aus? Hehehe Achso von hinten ja Jaja Kubi Hehehe Der jubelt sich da vor ein Hehehe Hehehe Sieht echt so aus Ähh Altischer Bracken Treiben sie auch zur Müllhalde Alter Willst du trainen oder was? Joa Boah ich komm da nicht hoch Und ihr geht auch zur Zeit in der Verfassungstechnik so scheiße wirklich Ich hab Bock mehr drauf Pfff Boah Alter Sau das MG war das Hast die Challenge nicht geschafft Wo bist du denn da wieder ein? Geh weg! Komm Alex Stopp Stopp Hui Hehehehe Hehehe 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 Hehehehe Ab zurück zur Challenge Junge Wich households Kom Text Eko kannst du mir mal wieder aufmachen Gibt du die auf ? Hehehe Dürf Oh Gibst du die auf ? in the spirit of being right to the next day das ist ja echt schwer also steht hier ok Drake's over ich hab nur den Schalter aufgelegt und du scheiße ja 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 tap schuld